Der Planet stirbt. Die Allianz ist schwach. Cains Himmelfahrt. Cains Himmelfahrt steht bevor. Die Zeit ist gekommen. Das Finale beginnt. Sie sollten wissen, dass weit mehr hinter diesem Krieg und dem Tiberium-Netzwerk steckt, als man ihnen bisher gesagt hat. Schließt euch mir an und wir werden gemeinsam aufsteigen. Geben Sie auf, unverzüglich. Wer es nicht innerhalb von einer Stunde tut, der wird sofort standrechtlich erschossen. Ich habe hier Tausende von Jahren zugebracht. Nur für diesen einen Moment. Sie müssen wohl eine Entscheidung treffen. Stationierung erfolgreich, Commander. Warten auf weitere Befehle. Entspannen Sie. Entspannen Sie. Und so kann ich für ihre Sicherheit garantieren. abonnieren Sie.